Hallo Freunde, willkommen bei der Bibliothek der Sachgeschichten. Beim Buchstaben Z3 geht es heute nur um ein einziges Thema, nämlich um die Zeitung. Trotzdem erzählen wir euch zwei Geschichten. Das ist nämlich eine Zeitung von heute. Und das ist eine Zeitung von vor 30 Jahren. Ja, vor 30 Jahren sah ich ungefähr so aus und habe einen Film darüber gemacht, wie diese Zeitung entstanden ist. Auf den ersten Blick sehen ja beide gleich aus. Schwarze Buchstaben auf weißem Grund, vielleicht bis auf die farbigen Fotos. Aber genauso wie ich mich in den letzten 30 Jahren verändert habe, hat sich auch das Machen einer Zeitung total verändert. Und deswegen sind wir nach der langen Zeit nochmal hingefahren, um zu sehen, wie das heute funktioniert. Und beides nebeneinander. Das könnt ihr jetzt sehen. Nehmen wir mal an, irgendwo steht eine Frau, die einen Hund mit acht Beinen bei sich hat. Sowas gibt es nicht alle Tage. Und das wäre sicher ein paar Zeilen in der Zeitung wert. Dann könnte dreierlei passieren. Erstens, der Herr Jüngermann, das ist der Längere mit der Brille und dem Mantel, der arbeitet für eine Zeitung, kommt zufällig vorbei und sieht das. Zufällig hat er auch noch einen Fotografen dabei und kann ein Bild davon machen. Sonst würde ihm das ja niemand glauben. Dann hätte er diesen Vorfall selber gesehen und auch noch ein Foto als Beweis. Dann könnte er sich hinsetzen und daraus einen Zeitungsartikel schreiben. Zweite Möglichkeit. Jemand anders, zum Beispiel ich, der den Herrn Jüngermann kennt und wüsste, dass der bei der Zeitung arbeitet, käme vorbei, sähe das mit der Frau und dem Hund und würde ein Foto davon machen. Der könnte dann bei der Zeitung anrufen, dem Herrn Jüngermann erzählen, was er gesehen hat und ihm das Foto zeigen. Dann würde der Herr Jüngermann auf diesem Weg von der Frau mit dem achtbeinigen Hund erfahren und könnte so seinen Artikel schreiben. Sie werden es nicht glauben. Ich habe eben ein Bild gemacht. Ich habe eine Frau gesehen, eine Straßmann hat der Stelle. Die hatte einen achtbeinigen Hund. Einen Hund mit acht Beinen. Dritte Möglichkeit. Derjenige, der das gesehen hat, kennt den Herrn Jüngermann nicht, meint aber, dass es trotzdem wert ist, in der Zeitung zu stehen. Dann könnte er die Geschichte und sein Foto einer Agentur anbieten und die schickt dann beides rund. Aber nicht nur an den Herrn Jüngermann, sondern an alle Zeitungen in Deutschland. Wie muss man sich so eine Agentur vorstellen? Stellt euch mal vor, ein Bauer baut Kartoffeln an und verkauft sie. Wenn wir jetzt das Wort Kartoffeln durch das Wort Sport ersetzen und uns vorstellen, dass seine Helfer nicht mit dem Trecker über den Acker fahren und Kartoffeln ernten, sondern als Reporter auf allen Sportplätzen Geschichten vom Sport ernten, dann wäre dieser Bauer eine Sportagentur. Dicke Kartoffeln wären dann zum Beispiel Fußball. Kleinere Kartoffeln Handball. Herzförmige Kartoffeln vielleicht Basketball. Die Spitzenkartoffeln stehen für Stabhochsprung. Die da sieht aus wie eine Skischanze. Das wäre was für Skispringen. Runde Kartoffeln vielleicht Dressurreiten. Denn kleine Kartoffeln wie kleine Tennisbälle wären Tennis. Und kaputte Kartoffeln, die wären Eishockey, weil die sich auf dem Eis ja immer prügeln. Bei dieser Agentur könnte man dann also alles über Sport erfahren. Aber eben auch nur über Sport. In einer Zeitung stehen aber nicht nur Geschichten über den Sport. Es muss also mehrere Agenturen geben, die sich mit unterschiedlichen Themen befassen. Das muss man sich vielleicht so vorstellen wie ein Großmarkt. Und wie es da Spinat gibt, wäre das vielleicht Neues aus der Republik. Radieschen wäre was über Medien. Brokkoli vielleicht die Wirtschaft. Weintrauben was Buntes. Irrnen wären Kultur. Apfelsinen wären Literatur. Kiwis ständen für lokale Nachrichten. Mandarinen für Urlaub und Reisen. Äpfel, vielleicht saure Äpfel für Politik. Und Paprika fürs Ausland. Und genauso wie es auf dem Großmarkt exotische Früchte aus fernen Ländern gibt, gibt es rund um die Welt Agenturen, die Meldungen zu allen möglichen Themen anbieten. Und die Leute, die aus dem Riesenangebot das zusammensuchen, von dem sie denken, dass es für ihre Leser interessant ist, die nennt man Redakteure bei einer Zeitung. Und noch was ist ganz ähnlich wie auf dem Großmarkt. Die Meldungen der Agenturen, die man benutzt, muss man bezahlen. Die ganz großen Agenturen bieten aber natürlich zu allen Bereichen Meldungen an. Also zu Kultur, Sport, Politik und so weiter. Und nicht nur zu einem. Und weil die Redakteure mehrere Agenturen zur Verfügung haben, können sie von einem Ereignis mehrere Versionen lesen, bevor sie ihren Artikel schreiben. Und ist ja klar, je mehr Informationen ein Redakteur hat und je unterschiedlicher die sind, desto näher kommt er beim Schreiben seines Artikels der Wahrheit. Aber eine Agenturmeldung ist natürlich nur eine Möglichkeit, an Nachrichten zu kommen. Auf wie unterschiedliche Weise damals und heute aus verschiedenen Meldungen ein Zeitungsartikel entsteht, das könnt ihr jetzt sehen. Vor 30 Jahren wurde in diesem Haus die ganze Zeitung gemacht. Hier wurden in der Redaktion die Artikel geschrieben und hier wurde auch gedruckt. Heute sitzt die Redaktion in diesem Haus in einem Vorort. Gedruckt wird in einem separaten Gebäude, gleich nebenan. Im alten Zeitungshaus sitzt heute nur noch die Lokalredaktion, also die Redaktion, die für alles zuständig ist, was sich in der Stadt Düsseldorf abspielt. Als die Zeitung noch ganz hier gemacht wurde, kamen Meldungen von den Agenturen, von denen ich eben erzählt habe, hier an, im Fernschreibraum. Ein Fernschreiber war damals sowas wie eine ferngesteuerte Schreibmaschine. Wenn man zum Beispiel in München auf die Tasten haute, dann schrieb es hier in Düsseldorf. Viele Meldungen kamen damals auch noch mit der Post. So sah die Poststelle aus. Heute spielt die Post keine große Rolle mehr. Heute, im Computerzeitalter, liegen die Agenturmeldungen online vor und nur noch das allerwenigste wird ausgedruckt. Für die Redakteure, die immer noch am liebsten auf Papier arbeiten. Aber irgendwie traut man der modernen Technik doch nicht. Für alle Fälle sind ein paar alte Fernschreiber immer noch betriebsbereit. Für besonders eilige Meldungen, zum Beispiel Sportergebnisse, gab es vor 30 Jahren schon eine Telefonaufnahme. Das machte damals der Herr Liermann. Was er über den Kopfhörer hörte, hat er erst mit einer Kurzschrift notiert und danach in leserlicher Maschinenschrift nochmal abgeschrieben. Telefonische Aufnahme von Nachrichten gibt es heute auch noch. Allerdings wird der Text gleich ohne Umwege in den Computer gehauen. Ich nehme Sie eben auf den Kopfhörer und dann können wir, ja? Kleinen Moment. Hier macht das der Uwe Basten. Vor 30 Jahren war Hans Elgering einer der Zeitungsredakteure. Und wie ein Redakteur damals aus diesem Wust von Fernschreibfahnen einen Artikel baute, das zeige ich euch jetzt nochmal ganz schnell. Wenn alle Meldungen, die er brauchte, da waren, begann seine eigentliche Arbeit, das Schreiben des Artikels. In aller Regel waren die Meldungen, die auf den Fernschreibfahnen standen, viel zu lang für den zur Verfügung stehenden Raum. Also mussten die Meldungen gekürzt werden. Dazu schnitt man die unverzichtbaren Sätze aus, klebte sie hintereinander. Und wo sie sprachlich aneinander passten, da sprich man zusammen oder schrieb mit der Hand eine Verbindung dazwischen. Und genau das gleiche machen hier die Redakteure an ihren Schreibtischen vor 30 Jahren. Man sieht es nur nicht so genau. Da wird gerade was gestrichen, da ist die Schere und wenn man weiß, wo er steht, sieht man sogar den Leimtopf. Und noch was ist interessant. Es gibt in der ganzen Redaktion nur ein einziges Fernsehgerät und das ist auch noch ausgeschaltet. Denn, als wir die Aufnahmen machten, war es 3 Uhr und damals begann das Fernsehprogramm erst um 5. Es gab also noch gar nichts zu sehen. Die Arbeit in der Redaktion ist heute ganz anders. Da wimmelt es nur so von Bildschirmen. Das ist der Herr Jüngermann, der S-Redakteur, den kennen wir ja schon vom Anfang. Und der hat auf seinem Rechner online jede Menge Agenturen vorliegen. Jede Agentur liefert Stichworte zu bestimmten Themen und er schaut, ob auf diesem Marktplatz der Information irgendwas Interessantes für ihn dabei ist. Wenn er ein Stichwort anklickt, erscheint unten dazu gleich die entsprechende Meldung. Wenn er was gefunden hat, dann gibt es einen Computerbefehl und der Computer formt aus dieser Meldung einen Artikel. Der sieht dann so aus. Der nächste Computerbefehl und der Rechner baut aus diesem Artikel sofort Zeitungsspalten. Die sehen dann so aus. Und darin kann der Jüngermann dann sofort schreiben, irgendwas ändern oder was auch immer. Aber natürlich ist ein Redakteur nicht jemand, der nur Sachen abschreibt, sondern der recherchiert auch selber, telefoniert mit Leuten. Hier interessiert ihn noch zusätzliches Material für seinen Artikel und er ruft das Archiv an. Jüngermann. Hallo Frau Hoffmann. Frau Hoffmann, ich brauche ein bisschen Material zum Thema Dosenfald. Das Archiv ist das große Gedächtnis der Zeitung. Da sind alle Artikel, die jemals erschienen sind und auch die Artikel von anderen Zeitungen und nicht nur das, natürlich auch jede Menge Fotos. Wenn er alle Informationen hat, die er braucht, dann schreibt der Jüngermann seinen Artikel. Der einzige, der nicht auf dem Rechner arbeite, sondern noch genauso wie vor 30 Jahren, ist Nick, der Karikaturist. Der hat nach wie vor Papier, Tusche und die Feder. Wenn vor 30 Jahren ein Artikel in der Redaktion fertig geschrieben war, kam er in die Maschinensetzerei. Da arbeitete zum Beispiel Karl an einer Maschine, die ähnlich funktionierte wie eine Schreibmaschine. Aber wenn er auf die Tasten drückte, dann kamen oben die einzelnen Buchstaben, rausgefallen, fielen durch solche Kanäle, setzten sich zu einer Zeile zusammen, dazwischen zu Abstandshalter. Die wurden nach oben geschoben und eine Zeile wurde dann immer in Blei gegossen. Die sah dann so aus. Wenn alle Zeilen eines Artikels zusammen waren, dann kamen die dahin. Einmal Druckerschwärze drüber, dann ein Papier drauf, nochmal mit der Bürste drüber, das hieß der Bürstenabzug oder Probeabdruck. Jetzt konnte man den Artikel zum ersten Mal gedruckt sehen. Und dieser Probeabdruck kam zu Helmut. Helmut war ein Korrekturleser oder auch Korrektor. Wenn er einen Fehler gefunden hatte, wurde der angestrichen, der musste dann verbessert werden. Aber es gab nicht nur einen Korrekturleser, sondern einen ganzen Saal voll. Korrekturleser gibt es heute gar nicht mehr. Dafür hat jeder Computer ein Rechtschreibprogramm. Also es würde mich ja wirklich mal interessieren, ob es damals oder heute mehr Rechtschreibfehler in den Zeitungen gab. Ob das schon mal jemand untersucht hat. Wenn man sieht, wie viele Leute damals so einen Zeitungsartikel schon in der Hand hatten, wenn der fertig geschrieben war, dann kann man den Eindruck gewinnen, dass sich heute so ein Redakteur an seinem Computer doch ziemlich einsam fühlt. Aber ganz so einseitig mit immer nur am Computer sitzt, ist natürlich auch nicht, kommt drauf an, worüber er schreibt. So, jetzt geht's weiter. Jetzt seht ihr, wie aus mehreren Artikeln eine Zeitungsseite wird. Bei mehreren Redakteuren an der Zeitung schreiben, gab es vor 30 Jahren einmal am Tag eine Redaktionskonferenz. Die war nachmittags um halb fünf. Da wurde festgelegt, welcher Artikel, wie viel Platz in der Zeitung bekam und was gedruckt wurde, was der Schwerpunkt war und so weiter. Außerdem wurde die Zeitung, die heute erschienen war, nochmal kritisiert, ob alles in Ordnung war oder was verbesserungswürdig gewesen wäre. Lattbesprechung nannte sich dieses Verfahren und hier geht's gerade vor 30 Jahren um einen Druckfehler. Ja, 100 Prozent richtig lesen, wenn ich vorweg sage. Die sind mindestens zu erschöpfen, die Korrektoren, die ist auch nicht gesehen, ist gelesen worden, ist übersehen worden. Ein Kollege gelesen, ist übersehen worden. Heute gibt es natürlich auch Redaktionskonferenzen, aber nicht nur eine, sondern zwei. Die erste ist morgens um elf, da gibt's auch die Blattbesprechung und da wird festgelegt, was die Schwerpunkte für diesen Tag sein sollen. Von jeder Redaktion ist einer da. Eine zweite Konferenz gibt's nachmittags um halb vier. Da werden die Ergebnisse des Tages besprochen und ob das geklappt hat, was man sich morgens vorgenommen hat. Und je nachdem, wie sich der Tag entwickelt hat, wird alles auch nochmal geändert. Wenn vor 30 Jahren alle Artikel, die für eine Seite notwendig waren, als Bleizeilen vorlagen, kamen sie zu Manfred Demeteur. Der nahm die einzelnen Artikel und setzte sie zu einer Seite zusammen. Und damit er wusste, welcher Artikel wohin kommen sollte und welches Foto an welche Stelle, bekam er von der Redaktion dieses weiße Stück Papier. Das nannte man den Satzspiegel. Den Beruf des Meteurs gibt's heute gar nicht mehr. Das geht heute völlig anders. Wenn der Artikel fertig ist, ruft Ralf Jüngermann seine Redaktion auf. Das ist Poll, wie Politik. Und dann tippt er drei magische Zahlen ein. Zwei, vier, vier. Das bedeutet, der Artikel soll zwei Spalten breit sein und die Überschrift 44 Punkte hoch. Dann erscheint auf seinem Bildschirm eine Art Schablone. Das ist der Satzspiegel von dieser Seite. Die Stelle für seinen Artikel ist noch leer. Wenn er die anklickt, dann kann er seinen Artikel sofort in diese Leerfläche hineinlaufen lassen. Da ist der Artikel. Die Überschrift ist 44 Punkte groß. Wenn er jetzt das Ende seines Artikels anklickt, dann kann er sehen, ob er passt. Hier sieht man, der Artikel ist 22 Zeilen zu lang. Jetzt kann er zwei Dinge tun. Entweder mit einem Kollegen verhandeln, ob er noch mehr Platz bekommt. Oder den Artikel kürzen. In dem Fall hat er ihn gekürzt. Mit dem nächsten Computerbefehl kann er sich auch noch ein Foto auf seine Seite holen. Das kann er vergrößern, verkleinern, hin und her schieben. Solange bis er es schön findet. Und mit dem nächsten Computerbefehl sogar noch die Unterzeile, also die Bildunterschrift, unter das Bild machen. Also das Layout, so wie die Seite aussehen soll, macht der Redakteur jetzt auch selber an seinem Rechner. Wenn alle Artikel auf der Seite drauf sind, lässt er sich die Seite probeweise ausdrucken. Zeigt sie dann Michael Hamerler, das ist der Chef vom Dienst, der liest sie ganz genau durch, ob Fehler drauf sind. Als nächstes werden jetzt die Druckplatten hergestellt. Dabei läuft heute natürlich wieder vieles mit Hilfe des Kollegen Computer. Früher konnte man viel besser sehen, wie das geht. Es gab einfach mehr zu gucken. Aber dafür war es auch eine elende Schlepperei. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. So hat eben alles seine guten und seine schlechten Seiten. Auf jeden Fall gibt es heute eine ganze Reihe von Berufen gar nicht mehr, ohne die früher überhaupt keine Zeitung gedruckt werden konnte. Zum Beispiel den, den ihr jetzt als Ersten seht. Vor 30 Jahren kam jede fertige Seite zu Udo, dem Präger. Der klopfte mit dem Hammer. Alle Bleizeilen nochmal kräftig nach unten, dass keine hoch stand. Dann mit einer Reinigungsflüssigkeit machte er alles sauber. Mit einer Bürste. Einen Lappen trocken machen. Dann die Fotos hin an die richtige Stelle wieder und die Überschriften. Dann eine besondere Pappe da drauf. Über die Pappe noch ein Stück Papier. Das Ganze in eine Presse. Da wurde das gepresst. Und wenn das Ganze dann rauskam, Papier weg, dann hatte sich diese Zeitungsseite in diese besondere Pappe hineingepresst. Geprägt. Das war sowas wie ein Negativ von der Seite. Eine Mater nannte man das. Und das ist heute völlig anders. Das ist der sogenannte Belichtungsraum. Bis jetzt besteht unsere fertige Zeitungsseite ja nur als Computerdatei. Über Datenfernleitung kommt diese Datei hier an. Und diese Kiste ist ein sogenannter Belichter. Der macht aus diesen elektronischen Daten ein Zeitungsseiten-großes Negativ. Da ist es. Da kann man den Artikel sehen. Und das Foto. Dieses Negativ kommt dann zu Heinz Mertens. Das wird dann hier reingeschoben. Und diese Maschine misst die Helligkeit des Negativs an acht verschiedenen Stellen. Da kann man es sehen. Measuring. Ich messe. Und wenn er die Daten gemessen hat, dann transmitet er sie. Er übermittelt sie an die Stelle, wo später die Druckplatte gemacht werden soll. Damit ist das Negativ hier erfasst und fertig. Eine Druckplatte brauchte man auch schon vor 30 Jahren. Die machte damals Rolf. Und dazu nahm er diese geprägte Pappe, also dieses Negativ oder diese Mater, spannte sie in diese Maschine ein. Da wurde sie halbrund. Dann kam von oben ein Deckel drauf. Und der Zwischenraum zwischen dem Deckel und der Mater wurde dann mit flüssigem Blei ausgegossen. Wenn das Blei dann kalt geworden war, dann hatte diese Maschine aus dieser Mater und mit dem Blei eine halbrunde Druckplatte gemacht. Mit der konnte man drucken. Und die wog 17 Kilo. Und wenn die aus der Maschine kam, konnte man sich damit noch kräftig die Pfoten verbrennen. Das ist heute auch völlig anders. Andreas Ungrat legt das Negativ von der Seite hier rein. Und das ist eine moderne Druckplatte. Aluminium auf der einen Seite und die grüne Seite ist lichtempfindlich. Und damit die sich gegen das Negativ nicht verschiebt, wird die mit zu Ösen unten auf solche Häkchen auf der Leiste eingehängt. Deckel zu, dann wird die Luft rausgepumpt. Es entsteht ein Vakuum. Wenn das Vakuum da ist, wird die Druckplatte belichtet. Da sieht man das kleine Licht durchscheinen. Und nach einer Weile Deckel wieder auf. Dann kommt so ein Greifarm. Greift sich die Druckplatte. Die belichtete Seite nach oben. Die fährt dann in diese Maschine rein. Und da wird die entwickelt, fixiert und weiß der Teufel was. Ein sehr komplizierter chemischer Prozess. Und wenn sie hinten rauskommt, dann ist das schon die fertige Druckplatte. So sieht die aus. An dieser Maschine werden die Ecken umgeknickt. Und damit wird die Druckplatte später in die Rotationspresse eingehängt. Als nächstes wird sie nur noch über den Computer angemeldet. Dass die Druckplatte verfügbar ist. Das macht Heinrich Jürgen Möller. Danach kommt sie in eine Kiste. Die Kiste kommt auf ein Fließband. Und dieses Fließband wandert sofort zur richtigen Druckmaschine. So, jetzt geht es gleich los. Jetzt wird gedruckt. Drucken ist ja eigentlich eine ganz einfache Sache. Haben wir auch schon mehrmals in der Sendung mit der Maus gezeigt. Aber das Drucken einer Zeitung ist eigentlich eine ganz irre Sache, wenn man mal genauer darüber nachdenkt. Da müssen also hunderte von Druckplatten mit allen Artikeln von allen Redakteuren pünktlich zusammenkommen. Die Reihenfolge muss stimmen. Und wenn dann gedruckt ist, dann müssen die ganzen Zeitungsblätter gefaltet und geschnitten werden. Und das Ganze für Millionen von Seiten und hunderttausende von Zeitungen. Und das Ganze jeden Tag neu. So riesig ist so eine Zeitungsdruckmaschine. Tja, und jetzt geht es gleich los. Unsere fertige und angemeldete Druckplatte ist auf dem Weg zur Druckmaschine. Druckmaschine gab es vor 30 Jahren auch schon. Dieter machte da die 17 Kilo schwere Druckplatte auf der Walze mit einem schweren Schraubenschlüssel fest. Dann war die Maschine eigentlich fertig zum Drucken. Das ist heute anders. Hans Grossmann hat die fertige Druckplatte. Dann gibt er ein Signal, damit alle ihre Pfoten rausnehmen, wenn sich die Druckwalze dreht. Die wickelt die dünne Platte ganz einfach auf. Kein schwerer Schlüssel mehr. Mit diesem kleinen Werkzeug einklemmen. Schon fertig. Druckplatte fest. Und das ist das Papier, auf dem die Zeitung gedruckt werden soll. 100 solche Rollen werden jede Nacht verdruckt. Wie groß so eine Rolle ist, sieht man, wenn Werner Korpershock daneben steht. Jede Rolle wiegt 1,2 Tonnen. So viel wie ein richtig dickes, fettes Auto. Hier wird die Rolle ausgepackt. Und da kann man sich vorstellen, wenn einem so eine Rolle auf die Füße fällt, da wächst kein Hühnerauge mehr. Und dann ist heute noch was anderes. Die Zeitung wird ja in Farbe gedruckt. Deswegen kommt an die einzelnen Druckpressen ein bisschen Farbe. Vor 30 Jahren wurde nur in Schwarz-Weiß gedruckt. Vor 30 Jahren wurde um Viertel nach elf angedruckt. Dann drehten sich die Walzen. Schneller lief die Maschine damals nicht. Und die Drucker konnten sich die ersten Zeitungen nehmen. Und die fertigen Zeitungen liefen über so ein Klammerband. Da hinten hin. Zum Versand. Heute ist die Druckmaschine so groß wie ein sechsstöckiges Haus. Und angedruckt wird auch schon um halb elf. So geht es los. Das Papier sieht man erst ganz wenig Farbe. Die Maschine läuft immer noch ganz langsam. Dann wird es ganz dunkel. Und allmählich kriegen die Papierbahnen, oder kriegt die Papierbahnen, dann die Farbe, die sie haben soll. Hier läuft übrigens die Druckplatte, die unsere Seite druckt. Und diese Papierbahnen geht kreuz und quer oben, rüber, unten, durch mit vielen anderen zusammen. Rauf und runter durch die Maschine. Wird irgendwo geschnitten. Dann automatisch gefaltet. Und auch heute nehmen sich die Drucker die ersten Zeitungen. Und auch wenn diese Maschine noch langsam läuft, druckt sie jetzt schon schneller, als ihre Kollegin vor 30 Jahren jemals konnte. Wenn sie denn mal richtig schnell läuft, dann können die Drucker hinter einer Schallschluckwand sich so eine Zeitung nehmen. Knopfdruck und aus dem laufenden Betrieb wird eine rausgeholt. Dann schauen sie sich an, ob die Maschine alles sauber druckt. Und über dieses Pult können sie alles verändern. Was Michael Potisch aber genauso macht wie vor 30 Jahren, ist das Anschauen des Drucks durch den Fadenzähler. So nennt man dieses Vergrößerungsglas. Gedruckt wird bei dieser Zeitung von abends 22.30 Uhr bis morgens um drei. Früher, vor 30 Jahren, haben die etwas später angefangen, aber Schluss war ungefähr um die gleiche Zeit. So, jetzt geht's weiter. Letzte Etappe, der Versand. Also die fertigen Zeitungen laufen zum Versand. Vor 30 Jahren liefen sie auch zum Versand. Da kamen die Zeitungen an und Otto und seine Kollegen legten kleinere Stapel mit der Hand zu größeren zusammen. Um jeden größeren Stapel kam eine Zeitung von gestern. Das Ganze wurde mit Draht umwickelt und jeder Stapel lief dann zu einer Stelle, wo die Autos warteten, um sie abzuholen. Das ist im Prinzip heute noch genauso, nur etwas schneller. Alles dreht sich, alles bewegt sich. Die Sachen, die schon vorher fertig gedruckt sind, wie zum Beispiel Anzeigen und sowas, Todesanzeigen, liegt auf diesen großen Wickeln. Und vier solcher Bänder nehmen alles zusammen, was zur heutigen Zeitung gehört, schicken es in diese Trommel. In dieser Trommel werden alle Sachen zusammengeschoben. Das wäre eine eigene Geschichte für sich. Und an der anderen Seite kommt die fertige Zeitung für morgen raus. An einem langen Band, einmal nach unten und verschwindet in der Tiefe des Raumes. Irgendwo wird eine bestimmte Anzahl Zeitungen vollautomatisch abgezählt, fällt in einen Schacht. Dann wird der Stapel zusammengepresst, gedreht. In der nächsten Abteilung kommt eine Folie drum und die Adresse mit dem richtigen Zusteller. Dann zur nächsten Maschine ein Bändel von der Seite drumherum. Zunächst ein vollautomatisches andere Bändel drumherum. Wieder über ein Fließband. Und nach draußen. Die ersten, die die Zeitung wieder anfassen, sind Peter Suess und Alexander Rankowitsch, die daraus Paletten bauen. Und auch die gehen zu der Stelle, wo die Autos zum Abholen warten. So, jetzt habt ihr mal gesehen, was alles notwendig ist, damit jeder beim Frühstück morgens pünktlich seine Zeitung lesen kann. Und übrigens, den Artikel von der Frau mit dem Hund und den acht Beinen, den haben sie auch gedruckt. Das war es wieder mal beim Buchstaben Z3. Und wenn ihr mal wieder was wissen wollt, wie was geht, wie was funktioniert oder so, schaut doch mal nach, ob ihr was findet beim entsprechenden Buchstaben in unserer Bibliothek der Sachgeschichten. Nur echt, weil aus der Sendung mit der Maus kennt ihr ja. Also bis dahin. Tschüss, euer Armin. Ich bin jetzt ein Griechner. Schiff, ich bin jetzt ein Mal. Tschüss. Euer Armin. Danke. Ich bin jetzt ein bisschen,